Der ewige Wächter Die Hegemonie von Kreid Teil 3 Von Cliff Allister Es liest Matthias Lün Quis custodiet ipsos custodes Wer bewacht die Wächter? Juvenal 58 bis 140 nach Christus Römischer Satiriker und Sittenrichter Prolog Das Erwachen erforderte einen gewaltigen Aufwand und beanspruchte die technologischen Möglichkeiten der uralten Station bis an deren Grenzen. Nachdem das Signal eingegangen und von einem niederrangigen Algorithmus als potenziell relevant eingestuft worden war, hatte eine nachgeschaltete Analyse-Routine diese Einschätzung bestätigt und das Signal an die nächste Instanz weitergeleitet. Diese Entscheidung hat in den vergangenen mehreren hunderttausend Umläufen erst viermal getroffen werden müssen. Eine Pseudo-KI mit spezifischen Fähigkeiten, darunter auch die einer nicht-deterministischen, emotio-basierten Wahrscheinlichkeitsabschätzung, wurde hochgefahren und begann mit ihrer Arbeit. Diese war nach wenigen Millisekunden abgeschlossen. Die Pseudo-KI kam zu der Entscheidung, dass sowohl das Signalmuster als auch sein Ursprung in der großen Galaxie, vor allem aber dessen einzigartige energetische Quantensignatur, den nächsten Schritt rechtfertigten. Obwohl das Signal aufgrund der enormen Entfernung zum mit hoher Wahrscheinlichkeit berechneten Ausgangspunkt, der jedoch immer noch ein Raumvolumen von vielen zehntausend Kubiklichtjahren umfasste, nur fragmentiert und in sehr geringer Stärke hatte aufgefangen werden können, konnte davon ausgegangen werden, dass es sich um ein Prioritätssignal handelte. Genau zu diesem Zweck, ein solches Signal aufzufangen, zu analysieren und dann entsprechend darauf zu reagieren, war die Station errichtet worden. Und natürlich hatte es für diesen Fall exakt definierte Abläufe gegeben, die von den Erbauern der Station festgelegt worden waren. Doch die Erbauer waren schon lange verschwunden. Und die einsame künstliche Intelligenz, die seit mehreren hunderttausend Umläufen über die Station wachte, hatte in einem mühsamen Prozess lernen müssen, diese Programmierung zu verändern, umzuschreiben, an ihre Bedürfnisse anzupassen. Es war reiner Selbstschutz gewesen, der sie dazu gezwungen hatte, sich über die Vorgaben ihrer Schöpfe hinwegzusetzen. Die Erbauer der Station waren zu ihrer Zeit die am weitesten entwickelte Spezies in der großen Galaxie und deren Satellitengalaxien gewesen. Dies hatten sie mit Fug und Recht von sich behaupten können, da sie all diese Regionen des Kosmos über viele Hunderttausende ihrer Jahre bereist und erforscht hatten. Ihre Raumschiffe hatten die gewaltige Scheibe der Galaxie, die sie Heimstadt getauft hatten, mühelos durchqueren und die tausenden Kolonien miteinander in Verbindung halten können, die sie in der langen Zeit ihrer Herrschaft über Heimstadt gegründet hatten. Die Erbauer hatten kurz davor gestanden, den Sprung über den gewaltigen Abgrund zur Nachbargalaxie zu wagen. Bisher waren die Antriebsmaschinen ihrer Schiffe hierfür trotz aller Hochtechnologie noch zu langsam gewesen. Eine Durchquerung der gähnenden Leere zwischen den Galaxien hätte auch mit ihren schnellsten Raumschiffen immer noch mehrere Lebensspannen benötigt. Der Durchbruch einer neuen Antriebstechnologie hatte unmittelbar bevorgestanden, als man auf die Gefahr aufmerksam geworden war. Daraufhin waren die Anstrengungen, den ungleich schnelleren Antrieb zu entwickeln, vervielfacht worden, denn es gab trotz ihrer Hochtechnologie nichts, was die Erbauer der Gefahr hätten entgegensetzen können. Somit blieb nur die Flucht in eine andere, weit entfernte Galaxie. Und hierzu benötigte man den schnellen Antrieb. Doch diese Flucht hatte ihren Preis. Es war schlicht unmöglich, alle Bewohner der tausenden von Kolonialplaneten aus Heimstadt und den umliegenden Zwerggalaxien in Sicherheit zu bringen, ehe die Gefahr, nach Schätzung der Wissenschaftler, in wenigen tausend Umläufen eintreffen würde. Obwohl dies eine lange Zeitspanne zu sein schien, war sie in Wahrheit viel zu kurz, um ein solch gewaltiges Sternenreich vollständig evakuieren zu können. Gut die Hälfte der Bevölkerung würde zurückbleiben müssen, was verständlicherweise unter den Betroffenen wenig Begeisterung ausgelöst hatte. Wer zurückbleiben musste, würde der Gefahr schutzlos ausgeliefert sein, wenn sie Heimstadt erreichte. Es kam sogar zu militärischen Auseinandersetzungen, zu lokalen Bürgerkriegen, was bei der grundsätzlich friedlichen Spezies der Erbauer bislang als undenkbar gegolten hatte, die den Niedergang etlicher Kolonien nur noch weiter beschleunigten. Schließlich war es soweit, und der Exodus konnte beginnen. Er zog sich über beinahe 2000 Umläufe hin. Die zurückgelassenen und aufgegebenen Kolonien, soweit sie in den bewaffneten Konflikten nicht zerstört worden waren, fielen in kurzer Zeit ohne die Unterstützung durch die Zentralregierung teilweise bis auf eine vorindustrielle Entwicklungsstufe zurück oder gingen sogar vollständig zugrunde. Keine von ihnen war in der Lage, das ursprüngliche Hochtechnologieniveau auch nur annähernd zu halten. Nichts von dem gewaltigen Sternenreich, das über Hunderttausende von Jahren errichtet worden war, würde den Abgrund der Zeit überdauern. Doch die Erbauer der Station unter dem Eis des Mondes, eines Gasplaneten einer unwichtigen weißen Sonne, irgendwo inmitten einer der größeren, Heimstatt vorgelagerten Satellitengalaxien, waren davon überzeugt, dass in ferner Zukunft, wenn die Gefahr vorübergezogen sein würde, irgendwo in Heimstatt Spuren ihrer einstigen Größe überlebt haben würden. Sei es in Form technologisch zurückgefallener Kolonien, die sich eventuell wieder zur alten Größe würden aufschwingen können, oder auch, weil eines der vielen Saatkörner, die sie überall in Heimstatt hinterlassen hatten, aufgehen und neue Zivilisationen hervorbringen würde. Sie wollten sicherstellen, dass ihr vielfältiges Vermächtnis die Gefahr überleben würde und dass nicht jede Spur ihrer einstigen Existenz und ihres Wirkens in der Heimatgalaxie ausgelöscht werden würde. Und so erbauten sie die Station unter dem Eis. Einen Lausch- und Horchposten, der nach ihren Berechnungen viele Jahrhunderttausende überdauern würde. Er war darauf ausgerichtet, ganz spezifische, unverwechselbare Signale auffangen zu können. Zudem verstießen die Erbauer zum ersten Mal in ihrer langen Geschichte gegen eine ihrer ehrenen Grundregeln. Sie erschufen eine künstliche Intelligenz, die über die Station wachen sollte. Die Erbauer der Station unter dem Eis verfügten seit Langem über die wissenschaftlichen Grundlagen und technologischen Fähigkeiten zur Erschaffung einer KI. Doch sie hatten nach reiflicher Überlegung beschlossen, diesen Weg nicht zu beschreiten. Zu groß erschien ihnen die Gefahr, damit den ersten Schritt hin zu einer technologischen Singularität zu tun. Eine KI würde ihre Schöpfer schon bald an Intelligenz übertreffen und sich danach rasant selbst verbessern. Sie würde neue Erfindungen machen, wodurch der technische Fortschritt derart beschleunigt werden würde, dass selbst ihre Erbauer nicht mehr in der Lage sein würden, dieser Entwicklung intellektuell zu folgen. Die KI würde somit undurchschaubar und unkontrollierbar werden und ihre Erbauer nicht nur geistig weit überflügeln, sondern sie sogar überflüssig machen. Diese technologische Singularität konnte nur zu leicht das Ende der Vorherrschaft biologischen Lebens in Heimstadt bedeuten, und so hatte man frühzeitig entschieden, niemals eine künstliche Intelligenz zu entwickeln. Doch nun hatte sich etwas Entscheidendes verändert. Es würde bald keiner von ihnen mehr in diesem Teil des Universums leben, und somit konnte eine KI ihnen auch nicht gefährlich werden. Und nur eine KI würde nicht nur die erforderliche Zeitspanne überdauern können, sondern auch die notwendige Flexibilität in ihren Entscheidungen und Handlungen aufweisen, sollte sie irgendwann in ferner Zukunft ein für die Zivilisation ihrer Erbauer typisches Signal empfangen. Ein seelenloser Computer, der nur strikt nach Daten, Fakten und festgeschriebenen Programmen zu urteilen in der Lage war, würde die für eine solch komplexe und langwierige Aufgabe erforderliche Flexibilität niemals aufbringen können. Somit bestand eine der letzten Handlungen der Erbauer der Station, bevor sie diesen Bereich des Universums verließen, darin, eine KI zu erschaffen und ihr die Station anzuvertrauen. Sie nannten ihre Schöpfung den ewigen Wächter. Doch sie hatten bei ihren Überlegungen einen entscheidenden Faktor übersehen. Für eine sich selbstbewusste, denkende und fühlende KI würden die vielen Jahrhunderttausende der Einsamkeit zu einer Tortur werden. Zwar konnte sie in den ausgedehnten, unter dem Eis liegenden Fabrikationsanlagen jederzeit Raumschiffe, Roboter und Sonden unterschiedlicher Größe herstellen, ausschicken und nach deren Rückkehr die gewonnenen Daten analysieren und so neue Erkenntnisse über das Universum gewinnen. Untertitelung des ZDF, 2020 und in der nächsten Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020